. 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 Findest du nicht, dass du da ein bisschen untertreten hast? Also. Soll ich jetzt nochmal nachgießen? Möchtest du das? Also. Ähm. Ja, es gibt einen kleinen Grund anzustoßen mit Sekt. Und zwar, wir haben die 364 Tage, die wir uns vorgenommen haben, sind vorbei. Und jetzt wollten wir euch ganz kurz berichten, dass es weitergeht. Es ist weitergeht. Nein, wir wollten Fazit ziehen von den 355. Okay, endlich ein Fazit. Also, auf. Also. Es gibt wieder einen Grund, Sekt zu trinken. Wir haben die 364 Tage geschafft. Und. Es war eine ganz interessante, schöne Erfahrung. Ich glaube, wir können erst eine Runde verziehen. Nein, jetzt. Jetzt. Halt an und nochmal. Geh geht nochmal. Wir wollen hier. Sehr gut. Jetzt geht's mal. Jetzt geht's mal. packen ellos ab. Untertitelung des ZDF, 2020